servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ihr wisst ich bin großer fan von tieren auch in world of warcraft und hatte ja da schon einige videos gebracht zum thema beispielsweise die questline rund um die doggos die mit dragonflight kommen und jetzt haben wir noch was neues wenn nicht gespoilert werden will sollte jetzt am besten weggucken aber ich kann nur sagen es wird unfassbar süß und ich bleibe bei meiner meinung das sind so sachen die world of warcraft für mich sehr sehr gut macht und ich finde es schön dass so sachen wieder ins spiel kommen letzten endes sind das meistens optionale questlines aber sie zeigen eigentlich die liebe die durchaus in diesem spiel steckt und diesmal geht es um die besten tiere im spiel ever enden jawohl es gibt eine nebenquest in waldracken wodurch ihr den tieren der stadt helfen müsst und dabei rettet ihr auch ein kleines entchen wie süß ist das denn waldracken ihr bekommt die quest von einer driade es ist wohl so dass die stadt viel unterstützung und hilfe braucht und die kleinsten tierchen dieser stadt müssen einfach gefüttert werden keiner kümmert sich drum und holy shit ist das großartig hier haben wir so ein kleines ich glaube das dürfte so ein vivant baby sein es ist hungrig wir müssen es füttern dazu kommt hier eine kleine turtle also eine süße schildkröte dann ein eft denke das ist eine neue kreatur aus dragonflight ein frosch swoglet dann ein otter baby holy shit ist das ding niedlich also da muss ich sagen die quest gefällt mir jetzt schon und ich queste echt nicht gerne und dann geht es noch weiter mit dem traurigen entchen guck mal es hat sogar eine regenwolke über seinem kopf weil es ganz ganz traurig ist und holy shit ist das süß und wir können ihm helfen und danach ist es wieder glücklich wenn wir nämlich die tierchen gefüttert haben müssen wir den kleinen das kleine entchen wohl aufheitern da gibt es ein spezielles rezept drüber womit wir seinen lieblings snack herstellen oder generellen snack für ihn und am anfang wie gesagt ist das kleine entchen sehr sehr traurig mit der regenwolke das finde ich sehr süß umgesetzt und wenn wir ihn dann gefüttert haben ist er super happy und damit haben wir den tag gerettet also man muss nicht immer drachen umknallen und sonstigen kram und auch in den kommentaren hier wo ich das gesehen habe kommt das überall gut an ich mag so sachen es ist toll ja entchen kleine tiere manchmal sind es halt auch so sachen die einen unterschied ausmachen und damit dank fürs zu sehen schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet und damit bis zum nächsten video reingehauen bis jetzt